Der Mann will im Grunde bloß Veränderung. Die Wiederholung, der Wiederholung, das ist doch. Der Mann, der Mann, der Mann, die Geschichte, die Geschichte, die Geschichte. Das hält man doch im Kopf nicht aus. Der Mann zumindest nicht. Der will mal an die Luft verstehen, wie er mal etwas verstand. Weil der Verstand wie die Vernunft über alle Berge. Ja, so sieht das aus mit der inneren Natur. Nur Vernunft nicht mal mehr Rückenfigur in irgendeinem Niemandsland, sondern auf und davon. Brechreiz, der, denkt der Mann, ist das einzig Reizvolle unserer Geschichte. Damals färbt Gegenwart, denkt er auch. Gefallene Vorhänge der Vergangenheit verziehen sich nicht, nie, vielleicht, das nervt den Mann. Verzieh dich, verzieh dich doch mal, verzeih dir doch mal, Mensch, verdammt. Aber geht das noch? Der Mann will die Geschichte auf Null drehen. Jede Geschichte, seine sowieso, am liebsten. Aber selbst die, die verdammte Null, diese schwarze, ist doch ein Schein, die Subtraktion, die Addition eines Betrags, eines B, eines Ertragens, letztlich die Summe oder zumindest eine Summe von vorausgegangenem an die Wand gefahrenem. Jeden Tag beginnen scheiß 100 Jahre, sagte der alte Mann, im Mann, im Mann unserer Geschichte, am Meer, auf dem Wasser, dem Styx, natürlich, wo denn sonst, am Rande der Welt, des Uferlosen. Es muss doch möglich sein, irgendwie, einmal, einst, mit der Zeit nach Jahren, in absehbarer Zeit, demnächst, eines Tages, früher oder später, bald in Wälde, bei Zeiten binnen kurzem, künftig zumindest Gehör zu bekommen. Der Mann Regieanweisung tritt an einen Bühnenrand Hallo, ich bin der Mann, der Mann dieser Geschichte. Jetzt und heute verlange ich meine 15 Minuten Aufmerksamkeit. Äh, ich meine Ruhm. Äh, Ehre. Äh, hallo, hallo? Na gut, dann wenigstens fünf. Hallo? Verdammt, bitte. Bitte, bitte. Fünfmal 60 Sekunden, Sie können die Zeit stoppen, meinetwegen. Das ist doch nichts, so gut wie, das kann doch nicht zu viel. Es geht um Minuten, Sekunden, verstehen Sie? Hallo? Mehr nicht? Hallo? Alle mal herschauen. Oder irgendwer. Ist da jemand? Ich kotze. Ich kotze jetzt, ja, auch mich aus. Final. Fünfmal 60 Sekunden, das muss einfach. Ich bin auch mal dran. Habe lange genug in der Schlange, mir die Beine in den Bauch. Und jetzt schauen Sie. Meine Innereien, total romantisch. Lesen Sie da raus, meine Zukunft, meine Gegenwart, alles durcheinander, rosa-rot. Ich quelle über und über. Meine Zeit ist gekommen. Ich habe das Recht. Einmal die Aufmerksamkeit auch. Bitteschön. Da steht mir zu, genau wie Glück. The Pursuit of Happiness auf 3, 1, 2, 1.